hallo leute ihr habt euch gefragt nach geos in 65 modus und deshalb sagen wir das momentan es ist die falsche diskette so lasst uns einfach wir werden ntc benutzen und ja geos ist da f3 und und ist das nicht viel schneller das ist 800 mal 600 ist richtig groß und bei 40 mhz man kann es nicht einmal ansehen als es mal das ist ganz schnell und bequem und wir können verschiedene resolution ausprobieren das ist immer noch eine probe fassung ja noch höher ich glaube wir haben immer noch diese superhighways wo wir am anfang so das ist fast ohne grenzen so ja das ist geos auf der mege 65